Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid in einer weiteren Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit Syracuse. In der letzten Folge haben wir zusammen weiter unser Reich vorbereitet und so läuft es jetzt auch immer noch. Was anderes haben wir hier gar nichts zu tun und alter, ey, es hört nicht auf. Alle Leute haben hier Bock mich gerade irgendwie anzuschreiben. Das ist schon heavy. Gut, wir machen jetzt hier noch schnell ein paar Söldner rein. Schicken sie los zu den Bronxen-Bären. Mache ich schnell ein Auto-Gefäch und sind die Veneta nämlich auch gleich tot. Mit so einer Armee wollte ich jetzt nicht unbedingt selber kämpfen. Gleich einen Airbog mit euch mit Pieken zu spielen oder sowas oder selber eigene Einheiten zu nutzen. Die Schlacht haben wir jetzt hier relativ schnell gewonnen. So, freilassen, gibt Cash. Damit können wir die Kosten der Söldner wieder aushebeln eigentlich. So mit Gewalt mal schaffen wir es fast zurück, das ist auch gut. Dann lösen wir hier mal auf. Wie sieht es hier aus? Ja, wir werden jetzt hier wohl nächste Runde in Rebellion haben. Außer wir organisieren Spiele und das werden wir jetzt auch tun. Damit können wir verhindern, dass wir eine Rebellion in Magna Grecia schon wieder haben. Das ist echt knackig. Da brauche ich auf jeden Fall eine kleine Garnisonsarmee, die hier Stellung bezieht. So, jetzt haben wir immer noch Cash übrig, was wir nutzen können. Aber es gibt nicht viele Regionen, die man hochbauen kann und trotzdem noch Nahrung bekommt. Also machen wir das auf jeden Fall hier in dieser Region. So, im Freiluftmarkt werden wir auch hier mal schnell bauen. Das Geld steigert sich jetzt hier in der Provinz und wir sind schon bei 1800 mittlerweile. Zufriedenheit ist sowieso top, kann man nicht meckern. Hier hingegen aber ein Flop. Hier sieht es auch mit dem Geld fast genauso gut aus, erstaunlicherweise sogar. Wow. Da macht die Stadt wahrscheinlich vieles her. Die will hier mich relativ hoch pushen in Tarentum. Danach, Nicanor und Telena sind aufgestiegen. Sehr gut, dass Nicanor wieder aufgestiegen ist. Dann gibst du mir ja ein Infanteriekommando, nicht wahr? Ja. Mach das mal. Heftigst, älter. Wie der sich hochleveln wird, ey. Ich finde das cool. Das pusht wirklich hart. Okay. Hier wird auch weiter rekrutiert, äh, gebaut, super. Hier unsere Flotte ist auch schon wieder ein bisschen stärker geworden. Schauen wir mal, dass wir jetzt in nächster Zeit dennoch weiter so eine gute Produktion haben hier. Finde ich super. Also wir hauen da auch die Gebäude gerade raus und auch diese Stadien da, die werden, die zufrieden sind, so extrem hoch pushen, dass wir da mit Kein Problem haben wir im Samnium mehr, aber Samnium ist nur eine Wirtschaftsprovinz. Und der Kampf wird Wende enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen raten zufrieden. Was sagt ihr dazu? Wir werden die noch bestechen mit Geld. Ich könnte ein paar Runden warten. Habe ich genug Geld, um die sogar zu bestechen? Dass hier das Klientik und ich drum aufbrechen, könnten halt eine Rom-Problem. Ein richtiges Problem. Alter. Die lehnen hier alle immer noch auf. So, Rebellion bevorstehend. Wir schaffen's, super. So, der Aguette ist hier weiter aufgestiegen. Was hat er hier noch für Fähigkeiten? Rekrutierungsplatz bei der... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ja, also... Wir gehen hier auf Kämpfer. Plus drei Rekrutierungsslots. Eine Armee in einer Runde, oder wie? Alter Falter. Wir exploiten die gerade, die Mechanik. Mit Syracur ist es aber wirklich... Wirklich toll. So, wir haben jetzt die Faskonen noch kennengelernt. Wollen die denn hier mit uns handeln vielleicht? Ne, können sie gar nicht. Ja, aber auch nicht. Okay. Dann wollen wir jetzt mal hier wieder runter. Erstmal, da küsst du mal, da sind die ganzen Handelsstädte. Die überhaupt handeln können. Apropos Handel. Schauen wir mal gleich. Wie weit kommt diese Armee jetzt schon? Wenn es so weiterläuft, kann ich innerhalb von einer Runde nach Konfinium marschieren, ey. Göttlich. Aber erstmal... Diplomatie. Emporien ist mit uns im Krieg. Vielleicht haben wir Interesse an Frieden. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Wir haben ja noch ziemlich viel Schotter. Wir warten jetzt mal eine Runde. Die haben wir jetzt gleich wieder voll. Werte ich mit euch. Eine Runde. Zwei Runde. Oh, zwei Runden. Das ist viel zu lang. Wir beenden die Runde jetzt mal. Mit dem Geld, was wir jetzt gleich haben werden, werden wir uns die Frieden erkaufen. Und die Römer dann natürlich zerschlagen im Bündnis. Vor allem ist es wichtig, dass die Etruska sich nicht mehr auf die Römer verlassen. Damit haben wir nämlich einen extremen Bonus. Ah, wirklich extrem. Naja. Ich will, dass die Etruska sich von den Römern loslösen. Weil dann haben die Römer ein kleines Problemchen. Was mich wirklich happy machen würde. Wir können wieder sehen und euch weiter dominieren. So. Bist du zu ernst zu stehen? Wir verweigern. Wir wollen Realität pushen. Okay. Dann bist du die X-Runde fertig. So. Etruskische Liga an. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Hm, hm, hm. Unser Kampf wird böse enden. Hm. Wir brauchen mehr Geld. Seid gegrüßt. Und wir können hier mal Geld anbieten. So. Ich verbringe meine... Hm, hm, hm. Ihr habt meinen Groß und... Sehr gut. Nun, seid willkommen. Kein Interesse am Handelsabkommen. Okay. Die Veneta. Götter des Jenseits. Verschont mich. Frieden ist nicht nach unserem Geschmack. Das Schwert dagegen schon. Die Götter werden die Stirn runter. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder langsam. Verfüttere ich eure Zunge vielleicht an die Hunde. Alter. Kein Interesse. Okay, wir sind loyal. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben... So. Stimme im Namen unseres Volkes zu. Lass dies ein Zeichen des Guten sein. Hm. Da können wir mich ein bisschen einspielen hier. Vielleicht mit Geld. Wisst ihr was? Versuchen wir mal, die Tusker da rauszuspalten hier. Können wir gucken, ob wir mit denen handeln können vielleicht. Ne, können wir nicht. Aber wir gucken mal. Purion vielleicht. Aber strafe uns... Ne, aber... Ich habe uns jetzt ein bisschen leichter gemacht mit dem Krieg hier. Das möchte ich auch nutzen. Wir sparen mal die Kohle noch ein bisschen an. Wir werden nochmal danach... Den Etrus kann Geld anbieten für das Verlassen des Klientelkündigtums mit Rom. Ein Friedensangebot von uns sollte nicht verschmiert werden. Nö. Nö. Ja, wir haben ihre ganz schöne Stärke gerade genommen. Das verschafft uns ja ein bisschen Hilfe. Kampftag. Und ich möchte eigentlich gerne die Römer aufteilen durch die Diplomatie. Dass die Etruskami eventuell sogar helfen. Das wäre ziemlich heavy. Okay. Diplomatie. Versuchen wir es nochmal. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seid wie die Spitze eine Speer ist, kommt auf den Punkt. Wir geben dem mal einfach 2000 jetzt hier. Das Geschenk. Sie werden uns halt lieben lernen. Geschenk an die Truskisch-Liga. Plus 30. Okay. Ja, ein bisschen Diplomatie hier mal betreiben. Das will ich ausnutzen. Lass die schönen exploiten. Gut. Aber wir haben immer noch genug Schotter. Können hier sogar ausbauen. Dann wird es ja Zeit für ein Tempel. Oder wie viel Zufriedenheit bringt ihr denn hier? Plus 6. Ein Tempel. Plus 16. Diese plus 16 machen es aus. Also bauen wir hier einen geweihten Boden. So. Na, auch haben wir immer noch. Kann ich hier ausbauen? Ja, kann ich. Hier allerdings nicht. Da fehlt mir Eisen für. Hier auch. Da ist doch kein Bedarf. Da kriege ich nichts für. Die Rekrutierungsklots sind aber schon mal da. So, wir können aber nochmal hier Spiele organisieren. In Magna Grecia. Und wir verheiraten mal die restlichen Bürgertiens hier. Ich glaube, 18% gefällt mir nicht. Einfach nur, dass hier dann auch benutzt werden können. Die Frauen von denen. So, ein bisschen Loyalität exploiten hier. Wir werden bewusst die Frauen jetzt hier befördern. Die Beförderung kostet nämlich nichts und pusht aber die Gravitas enorm, weil sie plus 3 pro Runde machen. So, einmal noch. Das ist wirklich ziemlich heftig. Dann kriegt man eine Menge rein hier. Was haben wir da für einen? Spartan. Der sieht doch oft wie dieser Will von damals. Auch der spartanische Ehemann. Wow. Tja. Giftmisch eine Ehefrau. Naja. Okay. Ja, läuft hier bei uns. Läuft hier. Dann wollen wir die Runde beenden. Die Katargan schenkt mir nichts. Und auch wieder 2000. Ungefähr. Und die Katarga, Etruska meine ich. Ich möchte mich gerne die Stärke der Römer schwächen. weiter an. Etruska, die auf unserer Seite sind halt ziemlich gut. In diesem Krieg hier. Nein. Arete ist tot. Nicht gut. Okay, wir müssen also einen neuen Würdenträger holen. Mhm. Das bringt nichts. Naja. Die Dötter haben mich zu euch geführt. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. Was ist hier irgendwas, was die pusht? Ja, Lehrer. Können wir später noch machen. Gäste auf Forschungsrate. So, wir haben hier benötigt. Einen der Aufmerksamkeit benötigt. Sklavenhändler haben an einem euren Häfen angelegt. Mit einer Ladung. Sklaven von hoher Qualität. Doch welcher von gefällt euren Augen? Ja, beider von ihnen. Sküte und Ägypter. Nehmen wir jetzt hier. Seid gegrüßt. Und nun sprecht offen. Denn wir sind ein ehrliches Volk. Und wissen, auf. Tada. Ich spüre, dass meine Güter auf uns und unseren Ver... Wir haben jetzt hier wie viel? 44. Sehr geil. Tja. Sie mögen uns jetzt mehr als die Römer. Sehr gut. Da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir schicken meinen Diplomaten los. Aber noch nicht jetzt. Erst in ein paar Runden. Sehe ich gerade. Was passiert eigentlich, wenn ich die Steuern erhöhen würde? Nicht viel. Naja, klar. 4000 mehr, aber... Ist nicht relevant. Weiter. Aber auf der Nahrungseite müssen wir wirklich aufpassen. Weil das ist halt eine Gefahr, dass wir bei der Nahrung dann doch zu viel haben. Eventuell. Zu wenig meine ich. Na. Non mi piacce lo. Das war bestimmt falsch geschrieben. Er sagt, eigentlich muss non lo mi piacce, glaube ich, heißen. Non mi lo piacce. Non mi lo piacce, genau. So müsste richtig sein, wenn ich auf Italienisch das sprechen wollen würde. Tja. Ist ja doch eine ziemlich ruhige Kampagne gerade geworden. Man wird viel aufbauen, viel mit der Diplomatie exploiten, aber... Ja, die überfallen. Das ist nicht so wichtig. Nikonohaus ist weiter aufgestiegen. Das ist wichtig. Wertvolle Sklaven. Plus 10% zivile Forschungsrate. Plus 5% Nahkampfangriff. Nahkampfqualität für Rekrutierung. Sehr gut. Okay, wir sind wieder aufgestiegen. Das senkt jetzt hier weiter die Einheitenkosten bei der Rekrutierung. Ich meine, gucke ich das mal an. Ich zahle für Leidenpanzer in der Rekrutierung 500 nur noch. Sie starten mit so viel Erfahrung gerade. Ich meine, wenn wir jetzt gleich noch die höhere Stufe haben, weil wir ein Königreich sind, gibt es gleich 6 Erfahrungen. Statt nur 5. So. Okay, wir haben hier... Ja, keine Harnensmöglichkeiten. Hier auch nicht. Ich arbeite hier auch nicht. Na gut. Naja. Da kommen wir gar nicht hin. So, eigentlich. Müssen wir wieder nach hier gehen. Aber verstecke mich im Wald. Mit Anthusa. So. Und wir schleimen uns weiter bei den Etruskern hoch. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und ha. Ja, sie lieben uns. Wir werden über die heute geäußerten Worte erfreut sein. Ihr irrt uns. Plus 54 mittlerweile. Ah, das bringt gar nicht mehr so viel, wie ich sehe. Die Geschenke an die Etruskische Liga. Setzt euch, mein Freund. Aber noch vorsichtig müssen wir sein hier. Okay. Also. Wir können weiter bauen. Hier haben wir plus 16 Zufriedenheit. Bauen wir mal in Heiligen Hain. Kultur ist eigentlich so ganz zufriedenstellend. Wenn wir jetzt hier um zwei reduzieren, ist okay. Dann bauen wir mal ab. Dann bauen wir jetzt die richtigen Gebäude, die richtig Geld bringen. Diese Region ist immerhin der Geldmarkt. Momentan nur 2000. Aber wir wollen noch mehr haben. Alter, wie viel Einheit kann ich eigentlich ertieren? Nehmen wir mal die Billigsten von allen. 583. Ist doch schon was. Ich kann die Armee voll machen. Und Probleme. Plus 6 Erfahrung haben die mittlerweile auch hier. Sehr gut. Dann können wir auch bald eine neue Armee aufstellen. Hm. Hier gibt es ja was. Schick, schick. Aber soll ich bauen? Jetzt Friedenheit. Ich könnte eigentlich direkt machen. Okay. Nicht so wichtig. Erhöht zockern, kommt durch Handelsabkommen. Ein Weinmarkt wäre eigentlich gerade nicht so eine schlechte Idee. Kostet aber nah. Wir haben jetzt hier aber öffentliche Ordnung als gut. Was würde Probleme ausgeben können? Also würde ich sagen, geben wir auf Industrie. Dann geben wir voll Leute auf den Goldschmied. Der bringt am meisten einen. So. Der bringt halt plus 600 Wohlstand rein hier in die Region. Dann machen wir. Wir machen schon 3400. Und das wären dann jetzt gleich 4000 dann. So, wie sieht es eigentlich in der Loyalität jetzt aus? Immer noch minus 8. Wir bewegen nochmal schnell unseren Abenteurer hier ein bisschen weiter. Vielleicht lernen wir nochmal jemanden unterwegs kennen. Und dann können wir noch ein bisschen Geld verdienen. So, schön ist es auf jeden Fall, dass die Etruska hier mehr uns mögen mittlerweile. Wir sehen keinen Nutzen in Andauern der Feindschaft. Wir sollten Frieden in Betracht ziehen. Nö, überhaupt nicht. Kein Interesse. Rom hat sich zwar tierisch ausgedehnt, aber ich will ganz Italien haben. Fakt. Die haben wir jetzt wirklich komplett unter unserer Kontrolle. Weil sie im Süden halt doch ordentlich aufbauen können. Ja, es wird halt dann irgendwann Zeit für eine richtig starke Flotte unsererseits. Ja, wir haben uns am Reich vom Rom lahmen können ein bisschen. Oh, wenn ich jetzt Kavalle rekrutieren würde. Schaut euch das mal an. Nehmen wir an, ich würde jetzt hier Kavalle rekrutieren wollen. Aber es greift noch gar nicht. Oder wie? Ach, ne, es ist ja... Ich habe immer Infantriebonus, schade. Es wäre geil gewesen dann, ja. Das haben wir da ja nicht. So. Zufriedenheit haben wir aber hier. Deswegen können wir hier Randgebäude bauen. Wurschendliche Industrie. Wurschend aus allem Handel. Wurschend aus Industrie. Und bringst Geld ein. Vor allen Dingen. Du bringst wohl schon durch Kultur. Bringt auf jeden Fall was. Ja, in Formerei würde auch was bringen. Aber, mhm. Ha, ich glaube nicht, dass es genug wäre, oder? Pandokion spricht gerade eigentlich in meinem Interesse. Weil es nochmal Nahrung gibt. Und uns dann auch die Möglichkeit gibt, hier Würdenträger alles besser zu machen. Dann machen wir das mal. Wir kriegen hier nämlich bessere Agenten, wenn wir die hier rekrutieren. Das hilft uns natürlich auch nochmal mehr, die ganzen Sachen zu exploiten. Möchte ich mal erwähnen. So, du müsstest auch bald wieder aufleveln. Okay, hier haben wir schon gebaut. Hier wird noch gebaut. Mit der Nahrung müssen wir halt dringend aufpassen. Das finde ich übertreiben. Naja. Ja, komm, lassen wir es mal. So, wir können wieder mit euch arbeiten. Guter Räddlerfreund, Welche ein Ehre ihr uns erweist. Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören. Mh, mh, mh. Ist wie ein Festmahl nach der Fastenzeit. Ihr seid ein... Guter Räddlerfreund, Welche ein Ehre ihr uns erweist. Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören. Mh, mh. Euer Volk ist der Inbegriff der Ehre. Doch ich kann euren Bedingungen nicht zustimmen. Ah. Unsere Götter flüstern mir, dass ich euer Angebot ablehnen muss, wenn es euch würdig war und auf mehr hoffen soll. So. Ja, ihr seid leise für euer Alter. Ich wusste, dass euer Volk ehrenhaft ist. Tja, die Tusker lieben uns jetzt sogar mehr. Jetzt die Römer. Das ist gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mal sehen, ob sich die Investitionen noch lohnen, hier die Etruska zu unterstützen. Vielleicht wollen sie dann auch noch uns helfen später. Wäre in meinem Interesse. Etruska auf unserer Seite wäre praktisch. Ach, ja. Kartago ist immer noch safe vor der Eroberung Rums. Hm. Schutzversuch. Beneventum. Wie kann ich dem Volk dienen? Okay. Wie sieht es denn hier aus? 82. Sicher. Wir müssen reden. Aber wir brauchen auch gutes Essen. Ein warmes Feuer und noch wärmere Weiber. Was steht überhaupt Interesse? Nee, überhaupt nicht. Meditärischer Zugang wäre eine Sache. Der könnte im Interesse beider sein. Nicht von tiefer Weisheit. Doch euer Angebot ist seicht. Ich kann nicht zustimmen. Jetzt auf einmal schon. Irohol. What the fuck? Aber das pusht uns weiter hoch, weil somit haben sie noch mehr Abkommen mit uns, weniger mit Rom. Und Rom fällt in ihrer Gunst weiter. Sehr gut. Mein Freund und lasst uns reden und guten Wein trinken, bis wir nicht mehr reden können. Überhaupt irgendwie Interesse? Nö. Na gut. Würde ich gerne bauen, aber lasse ich mal lieber. Erstmal kann ich hier überhaupt. Nächste Stufe, ich bräuchte forschen dafür. In Wirtschaft, na gut. Aber immerhin. Also die Region, die macht schon Kohle. 2300 ist schon mal eine Hausmarke. Hier können wir ein Juwelier bauen. Ich bekomme Holz. Von wem bekomme ich Holz? Importiert Bauholz. Handelsabkommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Anglaubszettriele, Thurios Speere. Die müssen wir bauen, dann haben wir sie endlich. Danach können wir naraus fröhlich rekrutieren. Naja. Okay, dann beenden wir mal die Runde. Ich würde sagen, nächste Folge greifen wir jetzt an. Egal, was passiert. Ich müsste mal eigentlich den Typen da weiter bewegen. Naja. Wir greifen die Römer an und machen mehr platt von denen. In der Hoffnung, dass wir dann die Etrusker noch mehr auf unsere Seite ziehen können. Weil am Ende müssen sie sich ja entscheiden. Zwangsläufig. Und wir sind ja mit denen so dicke verbündet. Roma hat keine Chance. Die irgendwie noch einen Krieg mit reinziehen. Glaube ich mal zumindest. Ja, die Unterstützung der Etrusker hilft jetzt halt auch gegen Kartago weiter. Hm. Ne, wir nehmen ruhig an den Charakter. Unsere Spionin steigt auf. Sehr gut. So. Okay. Zu wenig. Der hat eine gute Autorität, der Typ. Marschieren wir hier rüber. Wir marschieren jetzt hier auch gleich ein. Eine Herberge brauchen wir. Oh. Brauche ich auch den dort. Na gut. Wir forschen gerade was anderes. Wir schlappen uns jetzt mal schnell Kapua. So, können wir diese Runde noch holen. Tatsache. Hm, hm, hm. Wir plündern jetzt hier richtig hart durch. Gibt uns halt ordentlich Schotter für die nächsten Bauvorhaben, die wir haben. Und wir könnten eine neue Armee aufstellen mal hier. Würde ich mal. Kriegst Vermächtnis wieder. Lanze, Paisen. An der Stelle möchte ich auch den Kampf, äh, den Kampf, die Folge für heute beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt euch mal in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Rome 2. Dortmund mit Syracuse. In diesem Sinne. Denkt daran, mich zu abonnieren, zu liken. Das unterstützt mich und kostet euch keinen Cent. Ihr könnt auch noch finanziell mich unterstützen. Dafür könnt ihr unten den Link in der Videobeschreibung anklicken und Mitglied werden von diesem Kanal. Ansonsten, Playlists haben wir auch zahlreiche. Gaten Let's Play, Corinth Let's Play, The Game of Rome, Syracuse, wie wir hier gerade sehen, Massilia, Together mit Scipion, Arminien und Pergamon. Und auch noch Online-Battles, falls ihr Freunde der Multiplayer-Schlachten seid. Und vergesst nicht, The Game of Rome ist ein absolut geiles Projekt. Und auf dieser Seite, ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.